Heute, iBlueEver, mobiles Internet per Bluetooth. Herzlich willkommen zu ScreenMac. Heute mal ein etwas anderes Video, heute geht es nicht um eine Mac App, heute gibt es kein Unboxing oder ein Geräte Review oder so, oder es geht schon um ein Gerät und zwar den iPod Touch. Ich habe mich in letzter Zeit nämlich mal öfters damit beschäftigt, wie man mit dem iPod Touch unterwegs ins Internet kommt. Damit meine ich jetzt nicht Hotspots oder freie Netzwerke, sondern dass man wirklich über eine SIM-Karte und über einen Datenvertrag halt ins Internet kommt. Da gibt es erstmal die Version, die sehr cool ist auch, einen mobilen Hotspot zu kaufen. Mobile Hotspots, das sind Geräte, wo man eine SIM-Karte mit einem Vertrag reinsteckt, am besten natürlich mit Vertrag und diese wählen sich dann ins Netz ein und geben Wi-Fi frei. Das bedeutet, so Geräte wie das Huawei oder MiFi strahlen dann WLAN aus, wo sich bis zu fünf Geräte einwählen können. Das bedeutet, ihr habt dann ein WLAN-Netzwerk, wo ihr ganz normal reingehen könnt und im Internet surfen könnt. Diese Geräte haben auch noch sehr viele Zusatzfunktionen oder auch das MiFi. Das ist schon eine sehr coole Sache, aber sie sind nicht ganz billig. Ich hatte mir auch vor, eins zu kaufen, werde es vielleicht auch noch tun, aber erstmal habe ich eine Alternative gefunden. Und zwar, als ich auf dem Praktikum war, hatten wir alle unsere Handys dabei, aber erstmal keine Internetverbindung, also mit dem Handy schon. Und ich wusste sowieso, und das wissen bestimmt auch viele von euch, man kann mit einem Kabel normalerweise mit seinem Handy dann ins Internet gehen. Und ich wusste nicht, dass es auch über Bluetooth geht, aber es klappt. Auch wenn das das Gerät unterstützt, das tun ziemlich viele. Das heißt, ihr braucht eine Internetverbindung. Wir hatten dort nur Edge. Auf eurem Handy am besten eine Flat und euren Mac mit Bluetooth natürlich. Dann kann man nämlich unter Netzwerk ein Bluetooth-Pan hinzufügen. Dann habt ihr den hier angezeigt und dort, wenn ihr euer Gerät konfiguriert habt, wird dann das angezeigt und ihr könnt auf Verbinden klicken. Dann rattert das ein bisschen und erweist sich eine IP-Adresse zu und dann ist er verbunden. Und jetzt habe ich 3G auf meinem Mac. Der Nachteil ist, ich habe gerade nicht so guten Empfang mit meinem Handy. Es klappt aber trotzdem. Wir können jetzt hier mal an Google was googeln, zum Beispiel Radio CC. Und ich google und er hat es gefunden und so lahm sehen, wie ist das Ganze auch nicht. Das ist schon eine sehr praktische Sache für Leute, die keinen Stick haben. Das ist die Website von der App, die ich euch heute vorstellen will. Und zwar habe ich mir gedacht, der iPod Touch hat ja auch Bluetooth. Eigentlich müsste das Ganze doch genauso klappen. Natürlich war mir bewusst, das geht ohne Jaybreak nicht. Also habe ich meinen iPod gejaybreakt mit Spirit. Das kann ich euch nur empfehlen. Das klappt momentan mit allen Geräten, glaube ich, und aktuellstens Software. Und ja, als ich das dann gemacht habe, ging es zu dir erstmal nicht. Dann habe ich meine iPod Touch nochmal neu aufgespielt. Und ja, Gott sei Dank ging es dann. Ich habe mir dann die Software, die kostet, also es gibt eine Demo-Version, aber die kostet dann 5 Dollar. Das finde ich dafür völlig okay. Und ich wollte euch das Ganze jetzt mal demonstrieren, erstmal wie es geht und dann genauer drauf eingehen. Also, jetzt schalten wir hier auf die Kamera um. Ich habe jetzt hier meinen iPod Touch und hier mein Nokia-Handy. Und wir sehen hier gerade, ich habe nur 1-3G. Und ich werde jetzt hier, das Wi-Fi ist aus, das können wir hier auch nochmal jetzt sehen, deaktiviert. Und ich gehe jetzt in die App iBlueEver. So, und jetzt kann man hier diesen On-Knopf betätigen, das mache ich jetzt. Dann schaltet er das Bluetooth ein und sucht jetzt nach Geräten in der Umgebung. Und er findet hier direkt mein Gerät. Also, da muss man immer ein bisschen warten, bis er dann den Namen hier hat. Da sehen wir es. Marian. Und, weil ich die Konfiguration schon eingestellt habe, klicke ich jetzt da drauf. Und er... Ja. Er wählt sich jetzt hier ein. Und normalerweise, ja, da ist das Häkchen noch gerade gekommen. Jetzt haben wir oben zwei neue Symbole, die wir sonst nicht kennen. Und jetzt gehen wir doch mal in Safari rein. Also, ich google jetzt einfach mal nach Test, so wie ich es eben gemacht habe. Und beim ersten Mal brauche ich ein bisschen, aber wir sehen, ich habe eine Internetverbindung. Ich könnte jetzt auch zum Beispiel, ja, ganz normal im Internet surfen. Also, es klappt jetzt auf dem kompletten iPod, habe ich jetzt halt eine Internetverbindung. Und wir sehen hier halt auch der Ladebalkenschritt auch voran. Das Ganze ist jetzt natürlich nicht so mega schnell, weil ich gerade, wie gesagt, nicht so guten Empfang habe. Nur ein Strich 3G. Aber ist das nicht schon eine sausaugeile Sache? Ich habe jetzt Internet hier auf meinem iPod. Und das überall, wo ich auch mit meinem Handy 3G empfange. Und das Coole ist auch daran, dass das ziemlich weit reicht. Also, wenn ich jetzt mein Handy hier 20 Meter oder 10 Meter weglege, klappt das auch noch problemlos. Ich kann euch das Ganze auch nochmal demonstrieren. Also, ich google jetzt auch hier nochmal nach TheRadioCC. Und, ja, er findet es ganz schnell. Ich gehe jetzt mal mit dem Handy, wir sehen, das ist hier verbunden, ans andere Ende des Raumes und lege es da hin. So, und jetzt habe ich besseren 3G-Empfang und ich kann euch das Ganze jetzt mal ein bisschen demonstrieren. Wir schalten wieder auf den Mac und wir sehen hier die Webseite. Wichtig ist, dass ihr natürlich die richtige Konfiguration für euren Anbieter und euer Handy habt. Hier gibt es nämlich eine Settings Gallery. Oh, jetzt habe ich hier natürlich kein Innet, muss ich mir erstmal anstellen. Der Website sind nämlich die Einstellungen, ein Einstellungsverzeichnis, wo jeder auch seine eigenen eintragen kann. Und dann kann man hier in der Settings Gallery sehen. Und dann könnt ihr dann eure Modelle auswählen und so weiter. Also, ich habe jetzt E-Plus. Ich weiß, dass da der APN ist. Ich kann euch das mal zeigen. Man muss nämlich immer verschiedene Daten da dann eintragen. Und wenn ich jetzt da draufgehe, dann sehen wir hier, hier draufgehe, meine APN ist tagesflat.eplus.de. Dann die Dial-Number von meinem Handy geht so. Das könnt ihr alles auf der Website nachgucken. Dann gibt es den Account E-Plus und das Passwort ist GPRS. Und dann gibt es hier noch beim Chatscript Nokia, GPRS und sonst könnt ihr da halt noch die anderen auswählen. Das müsst ihr dann gucken, was ihr machen müsst. Und PIN könnt ihr dann selber auswählen. Das ist, um euer Handy zu konfigurieren mit eurem iPod. Und dann sollte es eigentlich mit der vollen Version immer klappen. Also, wie könnt ihr ja sehen, ich habe mein Handy jetzt weggelegt. Das seht ihr jetzt nicht, aber vertraut mir da einfach mal. Und ich google jetzt nochmal was. Und er ist fertig. Ich, oder ja, er hat es jetzt gegoogelt, um euch mal zu zeigen, dass die Verbindung auch nicht Schrott ist. Ich gehe jetzt mal auf die Audiobu-App und werde jetzt ein Audiobu streamen. Und sowas klappt auch problemlos. Ich will das eigentlich auch hauptsächlich haben, um zu twittern, ein bisschen zu surfen. Und dafür reicht das echt allemal. Also, ich bin echt schon total begeistert davon. Und ich werde jetzt hier zum Beispiel mal ein Buch vom Rosenkrieger, MyFiBu, streamen. Und das dauert jetzt natürlich ein ganz bisschen. Aber gleich sollte er den Budan eigentlich starten. Auch nochmal zu zeigen, wie lange er so eine normale Seite laden würde. Ich gehe jetzt zum Beispiel mal auf MacLive.de und lade das Ganze mal. Und es geht halt nicht hyper-duper schnell. Aber wir sehen, er lädt schon etwas länger. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie aufwendig die Seite MacLive ist. Aber, ja, hat das ziemlich schnell gemacht. Und die mobilen Seiten und Apps gehen sowieso dann nochmal tausendmal schneller. Also, in Studio gibt es die App für 5 Dollar zu kaufen. Natürlich braucht ihr dafür einen Jailbreak, einen iPod Touch. Und wenn ihr dann ein Handy habt, das das unterstützt, könnt ihr quasi überall ins Internet gehen. Das war es vom heutigen Video. Ich hoffe, es war interessant für ein paar. Und sonst auch. Und dann bis zum nächsten Mal.